Düsseldorf I. ist die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen und der Behördensitz des Regierungsbezirks Düsseldorf. Sie ist mit 604.527 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes. Vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war die Stadt Residenz und Regierungssitz von Ländern des Heiligen Römischen Reichs und des Rheinbundes. Des Herzogtumsberg der Herzogtümer Jülichberg und Jülich-Kleweberg und des Großherzogtumsberg. Von 1690 bis 1716 auch Residenz des kurpfälzischen Souveräns. Vom 19. bis ins 20. Jahrhundert war sie Parlamentsitz der preußischen Rheinprovinz. Im Zuge der Industrialisierung entwickelte sie sich zum Schreibtisch des Ruhrgebiets. Düsseldorf liegt am Rhein in der Metropolregion Rheinruhr, die rund 10 Millionen Einwohner zählt. Und im Kern des zentralen europäischen Wirtschaftsraumes. Die Stadt gehört zu den fünf wichtigsten international stark verflochtenen Wirtschaftszentren Deutschlands. Düsseldorf ist Messestadt und Sitz vieler börsennotierter Unternehmen, darunter der im DAX notierten Konzerne E. On Enkel und Vonovia. Zudem ist sie der umsatzstärkste deutsche Standort für Wirtschaftsprüfung, Unternehmens- und Rechtsberatung, Werbung und Kleidermode sowie ein wichtiger Banken- und Börsenplatz. Düsseldorf besitzt mehrere Rheinhäfen. Sein Flughafen ist das interkontinentale Drehkreuz Nordrhein-Westfalens. Die Stadt ist des weiteren Sitz von 22 Hochschulen, darunter der renommierten Kunstakademie und der Heinrich-Heine-Universität. Über regionale Bekanntheit genießt Düsseldorf außerdem durch seine Altstadt, seinen Einkaufs-Boulevard Königsallee, sein Karneval, den Fußballverein Fortuna Düsseldorf und den Eishockeyverein Düsseldorfer EG. Weitere Anziehungspunkte sind zahlreiche Museen und Galerien sowie die Rheinufer Promenade und der moderne Medienhafen. Das Stadtbild wird auch durch zahlreiche Hochhäuser und Kirchtürme den 240 Meter hohen Rheinturm, viele Baudenkmäler und sieben Rheinbrücken geprägt. Bemerkenswert ist die große Anzahl ostasiatischer Einwohner, darunter die japanische Gemeinde. In einem Vergleich der Lebensqualität von Großstädten in der Welt nimmt Düsseldorf den sechsten Platz ein. Geografie Räumliche Lage Düsseldorf liegt im mittleren Teil des niederrheinischen Tieflands überwiegend am rechten Ufer des Rheins auf einer von zahlreichen Rheinnamen durchzogenen Niederterrassenfläche an der Mündung des namensgebenden Flüsschens Düssel. Lediglich die Stadtteile Oberkassel, Niederkassel, Herd und Lörig liegen am linken Rheinufer. Die Stadt ist Teil der prosperierenden Rheinschiene und grenzt südwestlich an das Ruhrgebiet. Sie liegt damit im Herzen der Metropolregion Rheinruhr sowie im Übergangsbereich zwischen dem Niederrhein und dem Bergischen Land, zu dem die Stadt historisch betrachtet gehört. Die Metropolregion Rheinruhr ist eine Wirtschaftsregion und ein städtischer Ballungsraum im Westen Deutschlands. Sie zählt zu den größten Verdichtungsräumen innerhalb der europäischen Megalopolis und ist der größte in Deutschland. In den 20 kreisfreien Städten und 10 Kreisen der Region leben rund 11 Millionen Einwohner auf knapp 10.000 Quadratkilometer. Allein in einem Umkreis von 50 Kilometern um Düsseldorf leben etwa 9 Millionen Menschen. Die zentrale Lage im größten Ballungsraum Deutschlands, die Hauptstadtfunktion für das bevölkerungsreiche Bundesland Nordrhein-Westfalen, Die Vielzahl bedeutender Unternehmen sowie die Ausstattung mit Infrastrukturen und Angeboten aller Art verschaffen der Stadt große Fühlungs- und Agglomerationsvorteile, die ihr Wachstum und die Entstehung innovativer Milieus erheblich begünstigen. Eine Reihe von Agglomerationsnachteilen etwa ein häufig kollabierendes Verkehrsnetz, ein extrem belastendes Stadtklima oder Immobilienpreise auf europäischem Spitzenniveau bleiben der Stadt andererseits erspart, weil sie selbst keine Millionenstadt ist, einem polyzentrischen Städtennetz angehört und weil landschaftliche Freiräume sowie Erholungsgebiete sie allseits nah umgeben. Die Lage am Rhein gibt der Stadt die Möglichkeit mit ihrer Skyline das Stadtbild im Kontrast zum Fluss, der aufgrund seiner Größe einen weitläufigen Landschaftsraum bildet, imposant zu inszenieren und beides zu einer einprägsamen Stadtlandschaft zu verschmelzen. Der höchstgelegene Punkt im Stadtgebiet der Sandberg im Stadtteil Hubelrad misst 165 Meter, der niedrigste Punkt. Die Mündung des Schwarzbachs in den Rhein bei Wittler 28 Meter Ü, NN. Der geografische Mittelpunkt Düsseldorfs befindet sich im Düsseltal, der Punkt ist mit einer Brossetafel gekennzeichnet. Düsseldorf liegt im Zentrum der Zone der mitteleuropäischen Zeit. Das Klima des Düsseldorfer Raumes ist durch die reliefbedingte Öffnung in Richtung Nordsee ozeanisch geprägt. Überwiegend westliche Windströmungen tragen feuchte Luftmassen heran. Die Folgen sind milde, schneearme Winter und mäßig warme und feuchte Sommer. Insgesamt ist die Witterung wechselhaft. So gibt es in der Stadt bei einer Jahresmitteltemperatur von 10,6 Grad Celsius im Mittel rund 800 Millimeter Niederschlag. Der Raum Düsseldorf gehört zu den Gebieten mit den mildesten Wintern in Deutschland. Im Durchschnitt fällt lediglich an elf Tagen im Jahr Schnee. Mit rund 1550 Sonnenstunden nimmt Düsseldorf in der Liste der sonnenscheinreichen Städte in Deutschland einen der hinteren Plätze ein. Das milde Klima ermöglicht es, dass selbst exotische Pflanzen wie Hanfpalmen und Juckas im freien Gedeihen. Das Stadtgebiet Düsseldorfs besteht aus 10 Stadtbezirken, die in 50 Stadtteile unterteilt sind. In jedem Stadtbezirk gibt es eine Bezirksvertretung mit 19 Mitgliedern unter Vorsitz eines Bezirksvorstehers. Die Bezirksvertretungen sind zu wichtigen, den Stadtbezirk betreffenden Angelegenheiten zu hören und werden bei jeder Kommunalwahl neu gewählt. Die Stadtbezirke mit ihren zugehörigen Stadtteilen im Unterschied zu anderen nordrhein-westfälischen Großstädten haben die Stadtbezirke in Düsseldorf keine eigenen Namen, sondern sind von 1 bis 10 durchnummeriert. Die meisten Einwohner hat der Stadtbezirk 3 mit ca. 109.000 Einwohnern. Mit Bild liegt auch der einwohnerreichste Stadtteil im Stadtbezirk 3. Die geringste Bevölkerung hat dagegen der Stadtbezirk 10 mit etwa 25.000 Bewohnern. Bei den Stadtteilen weist der Hafen mit 123 Einwohnern die kleinste Bevölkerungszahl auf. Die Stadtbezirke und Stadtteile sind im Einzelnen Bezirk 1, Altstadt, Karlstadt, Derendorf, Goldsheim, Pempelfort, Stadtmitte, Bezirk 2, Düsseltal, Flinngern, Nord, Flinngern, Süd, Bezirk 3, Bilk, Flehe, Friedrichstadt, Hafen, Hamm, Oberbilk, Unterbilk, Vollmerswerth, Bezirk 4, Herd, Lürig, Niederkassel, Oberkassel, Bezirk 5, Angermund, Kaiserswerth, Keikum, Lohhausen, Stockholm, Wittler, Bezirk 6, Lichtenbruch, Mörsenbruch, Rad, Unterrad, Bezirk 7, Geresheim, Grafenberg, Rubelrad, Knittkuhl, Ludenberg, Bezirk 8, Eller, Lierenfeld, Unterbach, Wennhausen, Bezirk 9, Benrath, Hassels, Himmelgeist, Holthausen, Itter, Reisholz, Ordenbach, Wersten, Bezirk 10, Garath, Hellerhof. Weitere Informationen zum Thema befinden sich in der Liste der Stadtbezirke von Düsseldorf und der Liste der Stadtteile von Düsseldorf. Die Stadt Düsseldorf grenzt im Norden an die kreisfreie Stadt Duisburg und an die Stadt Ratingen, im Osten an die Städte Mähtmann, Erkatt und Hildern, im Süden an die Städte Langenfeld und Mahnheim am Rhein sowie im Westen an die Städte Dormagen, Neuss und Meerbusch.